Wie funktioniert Karma überhaupt? Wie würden Sie es im Hinblick auf MyBigTo beschreiben? Nun, ich glaube, Karma ist in den Köpfen vieler Menschen zu einer viel komplizierteren und verworreneren Sache geworden, als es eigentlich ist. Ich denke, Karma ist ein sehr, sehr einfaches Konzept. Und das lautet, es gibt nichts umsonst. Sie müssen sich weiterentwickeln, und zwar durch Ihre eigenen Entscheidungen. Und wenn Sie etwas nicht verstanden haben, sagen wir, Sie sind ein wütender Mensch und Sie rasten aus, Sie regen sich auf und machen Dinge kaputt, vielleicht töten Sie Menschen, weil Sie wütend sind, okay? Und Aggressionsbewältigung ist ein großes Problem für Sie. Sie müssen diese Phase überwinden und darüber hinaus wachsen. Sie bekommen keinen Freifahrtschein, nur weil Sie lange Zeit versucht haben, aus dieser Phase herauszuwachsen. Sie machen also keinen Abschluss. Sie machen keinen Fortschritt. Sie entwickeln sich nicht weiter, bis Sie die Arbeit getan haben. Karma bedeutet also, wenn Sie es diesmal nicht schaffen, bekommen Sie beim nächsten Mal eine neue Chance. Wenn Sie es jetzt nicht lernen, haben Sie die Chance, es später zu lernen. Und das hört nie auf. Es kann also sein, dass Sie tausend Inkarnationen benötigen, um etwas zu lernen. Oder es braucht nur eine oder zwei. Das hängt von Ihnen ab. Die Vorstellung beim Karma nach dem Motto, oh, wenn ich Joe umbringe, dann muss Joe mich im nächsten Leben umbringen, oder sonst jemand tut es. So eine Art von detailliertem, wie du mir, so ich dir. Ich denke nicht, dass das tatsächlich der Fall ist. Das ergibt für mich nicht wirklich einen Sinn. Aber die Tatsache ergibt Sinn, dass man sagt, okay, ich habe Joe getötet und naja, nun muss ich es aus diesem Loch wieder heraus schaffen. Ich muss versuchen, mich weiterzuentwickeln. Das war vielleicht eine Sache, mit der ich mich evolutionär zurückentwickelt habe. Und nun muss ich noch mehr tun, um dorthin zurückzukehren, wo ich war. Ich habe mich zurückentwickelt. Es gibt nichts umsonst. Ich muss gute Entscheidungen treffen, um aus diesem Loch wieder herauszukommen und über den Punkt hinaus, an dem ich das letzte Mal war. Jedes Mal, wenn Sie eine schlechte Entscheidung treffen, ist das ein Loch, aus dem Sie sich wieder herauskämpfen müssen. Und das ist Karma. Denn es gibt keine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, ohne die nötige Arbeit zu tun. Und das scheint tatsächlich schwieriger zu sein, als die übliche Vorstellung von Karma. Denn sich bis zu einem bestimmten Punkt zurückzuentwickeln und dann wieder hochzuarbeiten aus diesem Loch, ist eine sehr schwierige Sache, schwieriger als die Bestrafung, dass man ermordet werden müsste oder irgendetwas anderes. Es scheint, als wäre das etwas sehr Schwieriges. Und wenn man immer wieder diese Art von Entscheidungen trifft, befindet man sich in einer sehr, sehr schwierigen Lage. Mhm. Richtig. Wenn Sie schlechte Entscheidungen treffen, fällt es Ihnen leichter, noch mehr schlechte Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie gute Entscheidungen treffen, ist es einfacher, mehr gute Entscheidungen zu treffen. Ja. Nun, Sie haben oft gesagt, es gibt keine Bestrafung, aber es ist eine gewaltige Aufgabe, all die Dinge rückgängig zu machen, die keine guten Entscheidungen waren. Es gibt keine Strafe. Das System sagt nicht, du warst schlecht, also musst du dafür leiden. Es folgt dem Grundsatz, du hast schlecht gehandelt, du hast dich zurückentwickelt. Nun geh an die Arbeit. Sie müssen sich selbst weiterentwickeln und an einem niedrigeren Punkt beginnen, als dort, wo sie waren, weil sie sich zurückentwickelt haben. Ich denke, das ist ein guter Punkt, Ihre Theorie im Vergleich zu anderen Glaubenssystemen oder Ähnlichen. Dass Sie für das verantwortlich sind, was Sie tun, dass Sie für Ihre Entscheidungen verantwortlich sind, dass Sie für Ihr Wachstum verantwortlich sind. Das ist sehr schwierig anzunehmen und nicht gerade beruhigend zu wissen, dass Sie derjenige sind, der die ganze Arbeit machen muss. Wissen Sie, manchmal bringt das System Sie wieder in eine Situation, in der Sie etwas von der anderen Seite erleben. Nehmen wir an, Sie waren ein Tyrann und Sie haben Ihr ganzes Leben lang Leute schikaniert. Nun, vielleicht in einem anderen Leben. Sagen wir mal, Sie hätten so ein Leben geführt. Und anstatt sich als Tyrann zu sehen, sahen Sie sich einfach als überlegen, stärker, besser, klüger als andere Menschen an. Und Sie tolerierten Dummheit einfach nicht sehr gut, okay? Nehmen wir also an, Ihr Ego stand Ihnen beim Erwachsenwerden im Weg. Nun, das System könnte Sie einfach in eine Situation bringen, in der Sie schikaniert werden. Nur um Ihnen zu zeigen, wie sich die andere Seite dieser Situation anfühlt, wenn das Teil Ihres Wachstumspfades ist. Aber das ist keine Bestrafung dafür, dass Sie ein Tyrann sind. Das System versucht, Ihnen eine Situation zu verschaffen, die Ihnen hilft zu wachsen, die Ihnen hilft zu verstehen. Es ist keine Bestrafung. Und es ist auch nicht so, dass Sie etwas bekommen, weil Sie ein Tyrann waren. Sie haben es bekommen, weil das System dachte, dass es Ihrem Wachstumsprozess helfen würde, dass es Ihnen eine Situation bieten würde, die gut für Sie wäre. Manchmal wird man also wieder in Situationen versetzt, in denen man sieht, wie die andere Seite es sieht, nur um die eigene Perspektive zu erweitern. Genauso wie Sie mal männlich und mal weiblich, mal reich und mal arm sein werden, werden Sie alle möglichen unterschiedlichen Situationen erleben. Denn diese Vielfalt hilft Ihnen zu wachsen. Also ja, man bekommt verschiedene Situationen geboten, aber es ist keine Bestrafung nach dem Motto, Oh, okay, ich habe einen Haufen Leute erschossen, jetzt muss ich erschossen werden. Das macht absolut keinen Sinn. Das wäre vermutlich nicht der beste Weg für Ihre Entwicklung, wenn das System sagt, Nun, das wird ihm wahrscheinlich nicht helfen zu wachsen, aber er hat auf Menschen geschossen und jetzt müssen wir ihn erschießen. Verstehen Sie? Das System würde sich selbst darin beschränken, wie es Ihnen helfen kann, wie es die nächste Lernerfahrung arrangieren kann. Aus diesem Grund macht Karma in einer wirklich detaillierten Art und Weise keinen Sinn. Es würde das System in Wirklichkeit daran hindern, den Menschen zu helfen, erwachsen zu werden. Denn es Ich verstehe. Es nimmt dem System die Flexibilität, kreative Lösungen zu finden. Richtig. Soweit ich das verstanden habe, ist es ein sehr kompliziertes und individualisiertes System, das auf die individuierte Bewusstseinseinheit zugeschnitten ist, beziehungsweise auf die Gewahrseinseinheit mit freiem Willen, welche diesen Avatar spielt. Ich schätze, das ist treffender, denn diese macht ja die Erfahrung der individuierten Bewusstseinseinheit. Aber es ist alles sozusagen maßgeschneidert, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Ist das richtig? Das stimmt. Vor allem, wenn Sie jemand sind, der von Interesse für das LCS, das größere Bewusstseinssystem ist. Wenn Sie versuchen zu wachsen, wenn Sie versuchen zu lernen, wenn Sie sich bemühen, gute Entscheidungen zu treffen, dann wird das System sich nach Kräften bemühen, sie in entsprechende Situationen zu versetzen, ihnen Informationen zu geben und ihnen Synchronicitäten zu bescheren, die ihnen bei diesem Prozess helfen. Wenn Sie sich nicht bemühen, wenn es Ihnen egal ist, erwachsen zu werden oder hilfreich oder nützlich zu sein und Sie immer noch in dem Modus sind, dass Sie alles nehmen, was Sie kriegen können, dann kann das System nicht viel für Sie tun. Es wird dann also nicht ganz so zielgerichtet vorgehen. Aber in dem Maße, wie Sie sich bemühen und es versuchen, versucht auch das System zu helfen. Und wenn Sie es nicht versuchen, nun, dann viel Glück beim nächsten Mal. Das System wird trotzdem versuchen zu helfen. Es ist bloß so, dass es dann nicht viel ausrichten kann. Sie versuchen es ja nicht. Es ist also nicht so, dass das System Ihnen jetzt nicht helfen will. Es ist nur so, dass es für das System schwer ist, Ihnen zu helfen, wenn Sie keinerlei Hilfe annehmen. Sie wissen, Untertitelung des ZDF, 2020